Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne. Wir sind wieder in der großen Kathedrale und ich glaube, wenn ich jetzt rechts, nee, links lang gehe, komme ich zu dem Ort, um auf die Kathedrale raufzuklettern und ganz oben den Schlüssel zu verwenden. Ich habe mir tatsächlich auch mal angeguckt, wie man diese Zwiebe siegt, den Wiedergeborenen, ist eigentlich, also es ist, naja, wie man immer so schön sagt, es ist natürlich irgendwo immer einfach, wenn man weiß, wie es geht. Wenn man es nicht weiß, ist es doof. Ich wusste nämlich nicht, dass ich diese Glockenäulen, die Leute, dass ich die töten kann. Damit ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Könnte sein. Allerdings brauche ich sowieso, ich brauche Bloodborne, das heißt, ich brauche natürlich auch ein bisschen, äh, ne, weißt du Bescheid? Und dann lübt das vielleicht. Also gehen wir erstmal hier hin, gehen erstmal hoch. Und, oh. Gucken erstmal. Och, komm schon. Ja, Fallrunder. Okay. Der läuft da gerade nach hinten, kein Problem. Ich will nicht, dass beide kommen. Ich kann nur einfach vorbei rennen, ganz ehrlich, ne. Ich könnte... Ich renne vorbei. Ha. Verfehlt. Au. Boah. Deine Mama, Alter. Ja, geil, jetzt habe ich noch ein so ein Ding. Äh, ziehe ich ein bisschen wenig. Schnell durch. Bümel, 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 bümel. Ach, fuck, Alter, jetzt bin ich doch... Ne, warte mal, hä? Schnell wieder zurück. Kacke. Ha, verarscht. Hm. Alter, fuck. Wie komme ich denn nochmal auf die Kathedrale rauf? Ich habe keine Ahnung. Ey, ich wusste den Weg mal. Ich hab's vergessen. Nö, nö. So, tschüss. Penner. Okay, es juckt ihn natürlich nicht. Das hätte ich mir auch denken können. Aber das juckt ihn schon, weil er ist tot. Boah, Alter. Wie ging's denn jetzt nochmal zu dieser scheiß Kathedrale ganz nach oben? Ist eine formidable Frage. Ist eine Frage. I think. Ne? Hm. Oh, fuck, Alter. Zur oberen... Wie komme ich denn nochmal zur oberen Kathedrale, Alter? Hm. Nee, da war es nicht richtig. Eieieieiei, wie komme ich denn da nochmal hin? Aber egal, vielleicht wäre es auch ganz klug, einfach den Wiedergeborenen zu versuchen. Was blöde ist nur, ich habe halt nicht genug... Also es müsste beim ersten Try klappen. Dann wäre cool. Aber ob's das auch tut, ist die Frage. Hm. 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 So, warte mal. Habe ich irgendwas hier? Oder... Nee, wahrscheinlich habe ich nichts mehr, ne? Ne? Wow. Einen habe ich noch? Ne, ist ja krass. Können's eigentlich einfach mal probieren, warum nicht? So. So. Sechs Stück kann ich kaufen, dann kaufe ich mir die. Ähm. Ja. Gut. Nö. Ach. Und ich bache es da auf. Ja, Kapelle. Hopp. Oder? Ja, doch. Dann zum Fahrstuhl rennen. Ähm. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Entzenden, wie will Schauing weiter, ne? Tschau. So, jetzt kommen sie alle hinter mir her. Kein Problem. Ja. 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 Schrenn hier einfach weiter. Ist ja easy, ne? Totally easy. Oh. Uh. Uh. War tot. Fürs erste zumindest. Aber ich muss mir unbedingt nochmal angucken, wie ich, äh, in die Kapelle reinkomme, weil ich hab keine Ahnung. Und tschüss. Okay. Let's do this. Hi. Bye. Ah, ich hab keine Zeit. Tut mir leid. Ich muss eilen. Ich muss eilen. Schnell, schnell. Quasi. Da. Oh, der macht ein Aua, der macht ja auch hier einen Angriff. Okay. Ich bin, fick dich doch ins Knie, Alter. Ja, meine Fresse. Lass mich doch mal kurz hochlaufen. Okay. Ich werde noch ein paar Mal sterben, weil ganz ehrlich, alle zu töten, wird ein bisschen schwieriger als gedacht. Ich dachte eigentlich, ach ja, es wird einfacher. Aber die halten ja auch so viel aus, die Penner. So. Ja, der hat ein paar Kugeln da gelassen, die gehe ich schon aus, aber egal. Kann ich jetzt leider nichts mit anfangen. Ich sollte mir den vielleicht schon wieder runterschicken, auch gleich, den Fahrstuhl. Damit er direkt unten steht. Wäre möglicherweise nicht das verkehrteste. So, da ist der Dude. Alter, ist klar, ne? Ah, ne, ich kann ihn nicht runterschicken. Ich bin ja gar nicht ganz oben. Doch, ich kann ihn wohl runterschicken. Schwarz nur ab. So, und wieder runter. So, und jetzt der Fahrstuhl nehme ich unten. Und irgendwo... Irgendeiner ist gestorben. Warum auch immer. Alter. Aber ich muss... Wenn ich es schaffe, die zu töten... Wenn ich es schaffe, die zu töten, ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Weil... Die gehen einem schon hart auf den Sack, ne? Wenn die nicht sind, denke ich mal, wird der Kampf ein bisschen einfacher. Hoffe ich. Okay, wir machen das jetzt anders. Ich werde den jetzt mit Blitz angreifen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Und dass ich nur einen Schlag vielleicht brauche für die. Ich renne einfach mal vorbei. Wo ist denn die Alte da? Ne, jetzt zwei brauche ich schon. Ciao. Okay, der steht jetzt... Wo, 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 wo ist er? Am Arsch! Oh, oh. Ist krass aus. Das gibt es nicht. Da habe ich die getötet. Und dann rollt die... Alter. Die rollt aber manchmal auch nicht anständig weg. Die rollt irgendwo hin. Eigentlich wollte ich jetzt zur Seite rollen. Aber kannst du knicken. Ich glaube, ich muss auch warten, bis der... Also ganz hinten hingehen, die als erstes töten und dann warten, bis das Vieh kommt. Ich glaube, eine andere Bahn hast du fast gar nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Und tschüss. Oi, 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 oi. Schnell weg hier. So, jetzt ist es immer in der Fahrstuhl da. Yo. Alles klar. Lauf bei euch. Meine Fresse, Alter. Dass der da aber auch hochkommt, ist ja kacke. Ja, natürlich triffst du mich. Ich mache es jetzt aber wieder so. Ich schicke den direkt runter, weil dann kann ich einfach hochlaufen. Äh, äh. Geh weg. Ach, Spratze. So. Ich will den jetzt töten, aber das nervt halt ein bisschen. Hoi, das war knapp. Es nervt halt, ne? Es nervt, dass die, ähm... Ah, man, wenn ich wenigstens die Hexen einfach so töten könnte, wäre das schon schön. Und ein weiterer Versuch. Vielleicht sollte ich den ein bisschen, äh, verwirren. Erst hier lang rennen. Ho, aber hier hoch. Ha. Jetzt habe ich ihn richtig verwirrt. Jetzt weiß er gar nicht mehr, was geht, ey. Ich auch nicht. The Verwirrung is true, ey. Ohne Witz. Am Arsch ist die gefährdet jetzt. Komm mal hier hin. Hier ganz nach hinten. Ach so. Aha. Ich kann hier drüber laufen. Alles klar. Kann ich mir erst mal ganz geschmeidig dat hier holen. Noch mehr Quecksilberkugeln. Nö, nö. Lass das mal. Jetzt renne ich mal schnell wieder rüber und versuche die anderen irgendeine zu töten. Weil eine ist da noch. Ach, da ist die Bimmel-Troller. Nö, nö. Okay. Oh, das mit der Waffe geht mir schon wieder auf den Sack, ey. Shit. So, die sind weg. Nice. Und jetzt, äh, was habe ich denn alles so dabei? Nicht viel. Okay. Hi. Hier. Hui. Ja, natürlich hat er mich getroffen. Natu- Es ist so lächerlich. So. Weiter geht's. Nach einer kürzeren Pause auch wieder im Online-Mode alles runtergeladen. Aber ich habe es immer noch nicht gespielt. Detroit Becomes Human ist also immer noch jungfräulich auf meiner Festplatte. So, den, ach scheiße, ist der nicht kaputt? Wow. Fuck, meine Waffe ist defekt, ne? Scheiße, warte. Wo ist denn der andere kürzer? Oh, Gott. Das dauert ja zum Glück alles Jahr nicht lange. Ah, 1900 reicht zum Reparieren. Ich gehe nochmal zurück. Ich repare diese verfickte Waffe, ey. Ist ja zum Kotzen. Und theoretisch bräuchte ich auch noch ein paar Flakons. Äh, ne, Fiolen. Aber ich habe keinen Bock zu farmen. Und ich habe auch irgendwie... Klar. Einfach keinen Bock, ne? Andererseits wäre es schon gut zu farmen. Aber... Ich will hier hin. Arsch. So. Sechs Flakons. Ist nicht viel. Was habe ich denn so in meiner Truhe drin? Das ist so in der Truhe. Giftmesser. Ja, die machen halt auch nicht wirklich viel Damage. Aber man kann es ja mal probieren. Ne? Ne, warte. Hier. Ja, ne. Ja. Ich habe leider auch nichts mehr, um irgendwie mein Damage zu verbessern, ey. Das ist blöd. Also der erste Versuch. Ganz ehrlich, wo die Eulen noch da waren, das war der beste Versuch, den ich hatte. Die anderen waren alle scheiße. Entweder ich bin direkt gestorben, oder ich bin oben gegangen, bin runter direkt tot. Und ach. Kannst du dir da alle in die Haare schmieren, die Scheiße. Aber komischerweise, die ersten Tries sind mit immer die Besten. Oh. Nice. Und noch ein Flakon weniger, so jetzt nicht so guter hier. Ich renne jetzt einfach weg. Scheiß auf die. Ich kämpfe nicht. Ich bin einfach weg. So. Einfach vorbeirennen. Alles ist cool. Nehme ich mal ganz kurz statt. Jetzt habe ich noch vier Flakons. Das reicht hinten und vorne nicht. By the way. Aber vielleicht sollte ich mal gegen den mit dem Stock kämpfen, ey. Vielleicht bringt mir das was. Schauen wir mal. Wenn ich da hinten renne, näher muss ich gegen den kämpfen. Aber das ist halt ein Item. Ich weiß nicht, was es ist, aber. Ach, fuck you. Hey, guys, what eat? Ähm. Ne? Oh, oh. Schwelle verfolgt. Ja. Nice. Ach, fuck, ey. Ich bin nicht mehr aus dieser Drecks Ecke gekommen. Jetzt sind es nur noch drei Flakons gleich. Wir haben drei Flakons. Ist das alles nicht so ganz einfach. Möchte ich mal meinen. So. Da. Da. Ja, das was es hier zu holen gibt, habe ich schon geholt. Das ist das Problem. Du bist hässlich und scheiße. Tralalalala. Hässlich und scheiße. Tralalalala. Ja, du bist so hässlich. Und dazu noch scheiße. Ja, ja, ja. So, das war mein geiler Song. Oh, geweckt, du alter. Kackplunze, du. Alter, am Arsch hat er mich getroffen. Er will mich hauen. Hart raten will er mich. Die Sau. Na, was machst du denn jetzt? Hä? Nix. Richtig. Penner. Ah, mit zwei Flakons, Alter, kann ich doch schon einen sicheren Tod mir eigentlich, äh... Kann ich eigentlich schon auf... äh... aufschreiben, sozusagen. Aber man ist ja immer guten Mutes. So. Jo. Nice. Ist die gestorben? Bin mir jetzt nicht sicher, aber wenn die jetzt da unten steht, dann ist das ja auch kacke. Ach hier. Oh, die bimmelt immer noch da rum. Flipsch aus, ne? Jetzt muss ich nur irgendwie zu ihr kommen. Oh, knapp. So. So. Mathe. Äh, hi. Ach, deine Mutti, Alter. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Okay, ich bin tot. Alter, wie auch... Ich find das scheiße, Mann. Diese... Tipps aus dem Internet sind alle kacke, ey. Ohne Witz. Kannst du ja in die Tonne glauben. Hör immer in den Kopf gehen, der nach unten zeigt. Dann machst du so... Ach, das ist doch mal gut. Am Arsch, Alter. Am besten war es, ich war in der Mitte, hab den gehauen, der hat mich ab und zu getreten, aber dann hab ich mir gedacht... Pff. Pff, 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 Pff. Fuck you, Alter. Ja, klar triff mich noch eine. Ich glaub, es hackt. Oh, Glück gehabt. Hm, von den 1600, das hier kann ich mir nicht holen. Ich brauch ein bisschen mehr, ey. Okay. Swine gehabt. Okay, das war nice. Das war sehr nice. So, die töten. Dann kann ich nämlich auch die töten. Eiei, 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 mein Freund. Was bist du denn so aggressiv? So. Och, der gibt mir nicht mal Violen, aber egal. Ich hab über 7000 Dienstbums. Ah, zwei Blutfeolen, das ist schon mal gut. Ja, ich krieg halt auch nicht viel dafür, ne? Also so viele Blutfeolen krieg ich leider nicht, aber ich muss das probieren, ja. Aber auch immer dieses Zurückgehen, ey, boah, ist das nervig. Ich hab auch nichts mehr, wenn ich wenigstens nur wüsste, wie es zu dieser verkackten Kathedrale geht, ey. Dann würde ich mich das erst mal machen. Na gut, aber immerhin elf Stück. Hab ich 14. Ist ja schon ein bisschen mehr. Och, wie geht's denn nochmal zur Kathedrale, Alter? Wie komm ich nochmal nach oben? Keine Ahnung. Klär Moment. Wie geht's denn gleich? Solange es die Möglichkeit, wo思考 Lopez clickший개ier. Wie geht's Drops Kläretland? Vielen Dank. So. Wenn ich auch wenigstens irgendwas hätte, um mich nochmal zu pushen oder so ein bisschen mehr Damage zu machen, was weiß ich. Das wäre schon cool. Haben wir leider auch nicht. Das ist sehr doof. Sehr, sehr doof. Aber gut, 14 Stück. Kann man mit arbeiten? Aber dass ich hier auch keinen rufen kann, ist komisch. Ja, tschau. Ach, schon wieder die falsche Seite, ey. Leck mich am Arsch. Blöder Penner, ey. Schon wieder die falsche Seite. Jetzt aber. So. Tschüss. Komm schon, ey. Kann noch nicht so schwer sein. Achso, ich habe übrigens das hier vergessen. Das geht auch gar nicht. Warte kurz. Das habe ich vergessen. Das steht ja natürlich schon da. Das ist ein bisschen doof, aber gut. Alte verrückte Lady. Wenn die wenigstens mal tot bleiben würden. Aber nein, die kommen immer wieder. Das ist ja das Problem. So. 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 Zack, schnell hoch. Die töten. Dann die auf der anderen Seite töten. Ja, und dann hoffen, dass wir es schaffen. Alter, leck mich am Arsch. Na klar. Jetzt steht die direkt neben ihm. Das ist logisch. Bin ich ja eine super Sache. Boah, Alter. Ach, leck mich doch. Stehen zwei da unten. Fuck. Er hat mich aber noch getroffen. Natürlich. So, danke. Wo sind die andere? Alter, was zur Hölle? Warum trifft der mich denn damit? Blödsinn, ey. Ich hasse ihn. Okay, warte. Wir stellen uns ganz kurz hier rein. Ja, oder auch nicht. Okay. 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 Pinner. Da. So Oh, ey, dieses Stampfen und so ist halt nervig, ne? Okay Kotzen kann man natürlich auch mal Oh, 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 oh Oh, alles gut Scheiße Scheiße Alter, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vor allem, es ist ein mega nerviger Bosskampf, weil du erst diese Bimmelweiber töten musst. Oder ganz ehrlich, ich probiere es jetzt nochmal, aber ohne die zu töten. Ich lasse sie jetzt einfach am Leben. Mal gucken, was dann passiert. Ich meine, die schießen Feuerbälle, ja, aber es hat beim ersten Versuch eigentlich gut geklappt. Also besser als alle anderen zumindest. Also finde ich. Hi. So, den mal kurz töten, damit ich den Fahrstuhl rufen kann. Ich weiß nicht, wenn ich die Glocken ohnehin töte, ey, dann... Ist ja auch nicht so einfach. Finde ich. Ich probiere es jetzt nochmal so, mal gucken, wie weit ich komme. Das ist ja, denke ich, auch ein Kampf. Der ist zweitleichter. Ja, klar, sie kommt einfach mit runter. Was geht denn bei ihr ab? Ist die doof? Okay, wir sind schon mal hart getroffen. Ja, kannst du knicken. Also den Boss werde ich jetzt noch nicht probieren, weil... Macht keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Ich bin, glaube ich, momentan mental noch nicht bereit für ihn. Oder anderweitig. Keine Ahnung. Irgendwie so wird es sein. Ich bedanke mich bei euch. In der nächsten Folge geht es mit irgendwas anderem. Weiter mal gucken. Wo weiß ich aber auch nicht. Ich würde gehen in die Kathedra nicht. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich da hinkomme. Also wie? Vielleicht muss ich mal nachsuchen, nachgucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.